Hiho, hier ist Ronja und wir sind heute alle als kleine Osterhäschen, äh, naja, verkleidet, was auch immer, und spielen mal wieder nach Ewigkeiten auf der Schulmap, diesmal zu viert, so wie immer mit dem Julian und dem Topps und Flo. Ja, ich würde dich auch nicht töten. Okay, und genau, dann würde ich sagen, lass es anfangen. Start it! Okay, perfekt. Topps ist Wolf. Topps ist Wolf, ich bin nämlich scharf. Okay, ich bin nicht Wolf, nein. Du bist ein Hase, lief alle Eier aus. Oh, okay, okay. Außer dem Topps, der kriegt keiner. Au! Schade, Topps, keine Eier für dich. Ich weiß wirklich nicht, ich weiß auch nicht, wer Topps ist. Stimmt, das ist jetzt ein bisschen unpraktisch, ne? Letztes Mal, wenn wir immer die gleichen Skins drin hatten, war es so, dass man die Rüstung sehen konnte. Ich glaube, das haben wir jetzt rausgemacht. Deswegen können wir nicht, ja, wir wissen nicht, wer Topps ist, wir können Topps nicht... Ah, hier ist jemand mit einem Schwert, hat mich gehauen. Dreieinhalb Herzen, au! Im Chemielabor. Du bist ja noch, bist du noch der Eisengitter? Bist du noch der Eisengitter? Ja, stimmt, wir dürfen nicht auf die Eisengitter, weil sonst... Nein, weg. Böse. Nicht. Das ist, ähm... Nicht auf Eisengitter. Nicht auf Eisengitter. Ey, wer ist denn jetzt der Wolf? Ich bin nicht der Wolf, ich sag, Topps ist schon der Wolf. Ich bin nicht der Wolf. Ich bin nicht der Wolf. Aber ich finde, das ist eine gute Idee, mit den Sachen nicht anzeigen lassen. Das ist legit echt krass. Ja, das ist das Einzige, was jemals deine Idee war. Ha, 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 monja, weißt du? Oh! Machst du dir das nicht kaputt? Nein, ich find's, legit, ist das eine gute Idee gewesen, Topps, okay? Danke, Tobias. Ich geb dir da den Credit, den du deservst. Du hast das gute Idee. Ja! Wie? Starke Leiste. Ich hab ja einen Unsichtbarkeitstrank. Oh nein, ich bin gekickt, warte, ich will schon. Oh nein, okay. Oh je, Flo hat's kaputt. Warte, dann ist Flo nicht der Wolf. Ja, wieso? Ja, weil... Flo ist geliebt und direkt wieder gescheuert. Wenn Flo doch draußen war und dann würde es doch... Ja, ja, ich hab's gerade nur... Nein, 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 nein. Das hatten wir schon mal. Wenn der Wolf lief, dann geht's trotzdem weiter. Also das heißt nix. Okay, okay, interessant. Au, ich hab Kipps. Oh, ich hab ein Eisenschwert. Warte, kann ich für Emeralds schon irgendwas kaufen? Tobias, auf zu lachen, du lachst wie ein Depp. Ey, ich lass mich... Ja. Wenn ich's ihm teile, dann lass mich eben lachen, ey. Ich weiß, ich bin's nicht, ich bin draußen. Okay, jetzt, Tobias. Okay, sorry, Tobias ist verböser. Ich hab, ich ja, Tobias, random. Okay, entschuldige mich. Okay, tu das, Julian, ich bin da voll hinter dir. Julian, ich werde dich aber nicht verdichtigen. Ich sag, du darfst das machen. Niemand wird dich verurteilen. Aber ich hab drei Arzeln. Oh, das ist nicht gut. Was ist das denn? Julian, du kannst es schaffen. Ich glaub an dich. Hey, wer läuft denn hinterher? Ich bin im Kunstraum. Ich bin im Kunstraum. Ich laufe dir nicht. Ich werde noch einen Schlagstock kaufen. Okay, guter Start. Randomizer. Gut. Oh nein. Ich hab keinen Chat mehr. Die Jude is mich, Pille. Soll ich dir deine Sachen kaufen, Flo? Komm mal her. Was willst du denn du haben? Nein! Ich kann ja natürlich nicht aus dem Wolf-Shop was kaufen. Das geht natürlich nicht. Aber. Wer von euch hat ein Eisenschwert? Ich hab ein Eisenschwert. Ich hab ein Steinschwert. Oh, ja. Aber ich hab dich nicht angegriffen. Wo kommt man den Shop? Friedlich oben im Kunstraum. Ist es Flo? Flo, Flo, Flo. Ja, das bin ich. Hier kannst du für mich was kaufen. Ich hab ein Steinschwert, by the way. Ja, das sieht ja ähnlich aus. Ich will kaufen irgendwas für mich. Nein! Weapon-Case, I know Weapon-Case. Kau für was! Okay, Jobs hat ein Weapon-Case. Hab ich da rausgehört. Jura hat deine Sachen geklaut. Und was kriegt? Nein! Wo kipp ich? Okay. Ich will in allem man rubies und emeralds geklaut. Okay, understandable. Das man ihnen killt. Es waren 40 emeralds und 10 rubies. Jura, gern. Bist du tot, Jura? Nein, das sind nicht alle meine emeralds. Au! Ich dachte, Jura... Okay, Jura... Okay, wo seid ihr denn? Wo brought ihr? Ich häng mit. In der Schule. Ah, im, äh... Im, äh... Im, äh... Im, äh... Im Sportunterricht. Okay, ich komme. Ich kann heute in Legitigkeit auch überhaupt nicht reden. Das ist furchtbar. Ah! Da sind wir schon zwei. Ich geh zu dir! Eine extra vakante Auswahl an vier Lederkappen an. Müsst du vielleicht eine davon haben? Warte. Wieso sagst du Ronny? Ich mach Wolfsucher. Ich mach Wolfsucher. Hä? Entweder? Entweder? Oh, Tops, der Wolf. Er weiß... Er weiß, wer... Er weiß, wer bei ihm ist. Der Wolf sieht nämlich, wer wer ist. Oh. Entweder? Leute, 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 Leute. Okay, warte, hier ist jemand draußen beim Spielplatz. Leute. Leute, Leute, Leute. Ey, ich bin angegriffen! Entweder? Kannst du mir was kaufen? Ja, was willst du? In den Shop ist nicht dauerlich gekippt worden. Was willst du, was willst du? Irgendwas? Ich hab nix. Warte, ich kann dir kaufen... Ein... Weißt du was? Ich fühl mich gnädig. Ich geb' den Diamant Schwert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da fügt ihr euch den Secret, komm, naja? Okay, das ist nett. Sprung mal da ran. Oh, lol! Jetzt sind wir wieder im Spawn. Nein, du bist irgendwo auf der Map. Oh, okay. Ich bin im Pool zum Beispiel. Entweder Essence. Es ist, äh, Leerzeichen. Oder Tops, ein Wolf. Hä? Alles klar. Ah, alles klar. Tops! Tops! Ich bin kein Wolf. Irgendwo vorher hat das Pool verpackt. Da ist nämlich iced, aber halt nicht ganz zu. Tops! Ich bin wirklich kein Wolf. Entweder Leerzeichen oder Tops ist der Wolf. Die Situation hat mir noch schon mal. Oh, ich seh da jemanden bei der Schwimmhalle. Wer ist das? Ich. Okay. Warte, ich zeig dir, dass ich's bin. Okay. What the heck? So, der Start. Okay, Essie. Entweder ist... Ah, oder Tops der Wolf. Ja, das ist jetzt... Also, die Beweislage ist recht erdrückend, Tops. Könnte man sagen. Was machen wir denn jetzt? Nein. Au! Lass Tops killen. Ja. Aber das zusammenbleiben. Das Problem ist halt, wo ist Tops? Was ist das? Ich kann keine... Ich bin unsichtbar. Okay. Wer ist das? Okay, okay. Das stimmt, du hast einen Schlagstoff. Warum kriegst du Damage? Wegen Gift. Wegen Tops. Oh, Mist. Okay. Äh... Ich will keine Velocity. Ich will doch keine Essen nicht spielen. Nein, wer das hat Julen dir gegeben. Ja, ich weiß. wo kann man sich denn im versuch ja okay den kann man sich holen hallo ich hab mir auch mal jemand ein case borschen ob du hast genau diese schwert ja okay es kann es dann theoretisch ich hab genau hier schon mein auskrieg Flut, du brauchst doch irgendwie 15 Gold, ne, 16, ne, warte, 11 Gold. Tobias ist ein schlechter Wolf. Okay, dann, dann, dann weißt du was, dann, dann, dann zeig ich mich. Tobts, schlingt nach Wolf. Ich geh jetzt wieder in die Sandkiste rein. Tobts, wo bist du? Komm her. Oha, ich schau mal, wo ich jetzt bin. Nein. Wer ist das hier? Wer ist gerade bei dem Papierkopf? Äh, das bin ich. Springkraft. Schau mal, Björn. Tobts, oh, dich hat niemand gesehen. Versteckst du dich einfach in der Ecke? Hast du eine Perle? Hast du Emeralds? Ne, ich seh dich sogar. Ich hab das. Ehrlich? Oh nein, ich hab super viele Emeralds, seh ich gerade. Weißt du was? Da hol ich mir doch eine Lebensrette. Einfach nur für den Fall. Was bringt ein Turtle Frank da holen? Äh, ich glaub, Resistenz und Langsam. Ja, ja, genau. Und, okay, ich ziehe wieder aus. Und Tobts hat verloren. Oh, der Wolf, oh, ne, der Wolf war. Da war wohl nicht Tobts, sondern... Da war wohl Leerzeichen, der Wolf. So, diesmal haben wir, glaub ich, auch tatsächlich vier Spieler. Ich bin ein Schaf, was seid ihr? Ah, ich bin Wolf. Hm, schade. Ich bin doch heute wirklich... Ah, weil sonst hätte ich halt Tops getötet, ne? Aber... Ah. Ey, wer ist Tobts? Was ist das? Nein, hör doch! Was ist Tobts? Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh, ich bin angehört für Hilfe. Achso, das bist du. Ich dachte, ich dachte, es war Tobts. Nein, Tobts ist gerade unten draußen. Achso, Julian, du hast mich angehört. Hör auf. Warte, ist das Tops? Ist das Tops? Hör auf! Ist das Tops? Ja! Ja, wir haben Tops. Wir haben Tops. Wir erwischen ihn. Das ist unfair. Ich schnapp ihn mir. Keine Sorge, Leute. Ich hab zwar kein Schwerter, aber ich bin stark. Ich glaub, Tops ist es nicht. Ich bin starkes Häschen. Hör auf! Böse, Ronja. Ich hab Tops fake noch. Das wär's. Ronja aus. Ich bin der Wolf. Tops, kann's gar nicht sein. Hör auf. Ja, ich bin VW Golf. Ha! VW Golf! Wird irgendwann VW Golf eingefügt. VW Golf geht dir, oh mein. Du bist VW Golf. Du hast jetzt einen hohen Benzinverbrauch. Du hast sehr viel FPS. Ich bin dafür, wir fügen halt wirklich den Golf ein. Und Ronja, Katze. Bonuswaffe. Ja, nee, du musst einfach einen Golfwerfer machen. Dann hast du so eine Waffe, die schießt einfach so ein ganzes Auto. Wie so ein Handtuchwerfer, der schießt dann einfach VW Golfs. Gibt's ja auch bei GTA so einen Mod, da könntest du einfach Autos schießen. Oh, okay, das kenn ich nicht. War das nicht ein Mod, oder? Hä? Also, ich hab leider irgendwie nichts an Schwertern. Ist ja ein bisschen ärgerlich. Ich bin hier draußen ein bisschen out in the open. Wer war das? Tops. Tops. Ja, es ist Tops. Es ist Tops. Ich hätt Tops halt einfach töten sollen, als ich die Chance hatte. Oh, du hast ne Dingswaffe? Ich hab leider kein Schwert, aber es ist Tops. Nein, 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 nein. Ich hab wieder die Kiste gefunden. Nein, ich hab das gesehen, Tops. Ich bin der Wolf, aber es ist Tops. Warte, wer ist denn Tops? Ist das Tops? Ich bin das, ja. Nein! Ich war... Hä? Was denn? Ich war grad bei dir und weißt du, was Blockhardt gesagt hat? Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich bin am Dach, Tops. Ich bin am Dach, ich seh's. Ja. Oh, bist du... Oh nein! Oh, Flo? Hä, war das Dings? Oh, warte, nee, du fühlst dich schuldig. Oh, das ist Julian. Es ist Julian. Es ist Julian. Es ist Julian, hier. Ah, das möchte ich, das möchte ich, das möchte ich schulden. Oh, dann war... Dann bist du's. Doch, dann bist du's. Nein, ich bin... Tops ist raus und Julian hat sich schuldig gefühlt. Ich hab Tops nur komplett neu. Oh, das ist so drückend. Julian hat Tops vom Stach geschubst. Ey, ich hab doch gesagt, dass ich's bin. Du, was ist... Ah! Du hast wirklich... Oh, please, Flo. Ich hab doch gesagt, nein. Ah! Ich hab nicht mit dem Stach geschubst. Ich hab doch gesagt, dass ich's bin und das Tops nicht zeigt hat, weil ich's bin. Ja, okay. Nein, das ist... Fair enough. Immerhin bist du kein Lügenwold. Ich bin schon wieder ein Wolf. Ah. Ja, jetzt finden wir Flo. Ich bin das Auto. Ich hab zwei Steinschweiter. Ich kann euch beweisen, dass ich kein Wolf bin. Ich werd nix machen bis letzte Minute. Alles klar. Also ihr könnt mal ruhig farmen. Bei mir ist jemand. Okay. Au! Unten noch, beim Sofa. Beim Sofa. Beim Sofa. Oh, hier unten ist wer? Flo, weißt du noch? Bei den Turschen, wer ist das? Ich bin das. Oh nein, ist gefixt. Hey, Tops. Hast du was besseres als ein Holzschwert? Ja. Äh, ja. Okay. Ich bin grad schnüchern. Ich hab mir grad ein Schwert gegeben. Das hast du in der Sitz. Ich wollte ja nur fragen, so um meine Chancen einzuschätzen, ja? Ja. Das ist alles. Oh, ich bin unten in dem Raum, wo ein Spiegel ist. Oder Tops die Wölfe. Tops ist die Wölfe, würde ich sagen. Tops verfolgt mich die ganze Zeit. Tops, aus! Aus jetzt! Das ist das du. Jetzt kommt die Ausreden. Aber ich muss dich killen. Ich werde eingehörfen, wa? Es ist Tobias. Wicke, 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 wicke. Er ist da draußen. Ich hab richtig wenig auf jeden Fall. Hallo! Nein! Easy! Easy! Das sah richtig brutal aus, wie du einfach im Klo alle abgeschlachtet hast. Du bist der Jodler. Du bist der Jodler. Du bist der Jodler. Hey, ich bin Wolf, aber ich bin auch nicht Wolf. Hä? Ich bin Wunderalf! Oh Gott, ich bin Jodler. Aber warte, ist die Ferienjodler gewesen? Nein. Ich war gerade Wolf. Oh nein. Und dann war neu und das bin ich schau. Aber du warst doch schon mal Wolf. Aber kannst du das verpackt das jetzt, wa? Ist der jetzt verpackt? Eigentlich sieht es aus, als ob es trotzdem läuft, oder? Ja, aber... Ja, wenn der... Wir hoffen einfach ins Beste. Oh mein Gott! Wird schon gehen. Äh, was? Wo seid ihr? Ich bin hier. Ich bin hier. Von dem aggressiven Tobias. Ah! Achso. Unlucky, ne? Hallo, wer ist das? Hallo. Wer ist das? Ah! Oh! Aber ich dachte, Flo war Wolf und jetzt doch nicht. Flo, bist du jetzt Wolf oder nicht? Flo! Au! Bist du Wolf oder nicht? Ich hab entschlagen. Ich hab entschlagen. Ich war Wolf, aber ich bin jetzt kein Wolf mehr. Okay, alles klar. Ich weiß nicht, welches zählt. Au! Ey, au! Ey! Hä? Pfff! Ey, aber ist das noch nicht aus, oder? Doch! Spiel vorbei! Äh! Spiel vorbei! Es ist noch nicht aus. Ja, ich hab noch nicht so viel. Achso. Ja, gut. Okay. So. Ich bin eine Katze. Oh mein! Schaf! Jodlaff! Ich bin Jodlaff! Okay. Ey, weißt du, das ist voll unfair. Flo kann das eigentlich gut können, aber er kann es irgendwie nicht. Wieso sollte er es gut können? Muss er das gut können? Österreicher ist und Österreicher können jodeln. Ja, aber musst du in Österreich gut jodeln können? Ja. Julian, was sagst du dazu, als weiterer Österreicher? Ja, warum wir als Österreicher hier am Berg oben sobst, wohne ganz unten irgendwo in den Tal. Aha! Also doch am Berg, Mister. Wir wohnen nicht in Österreich, wo es bergig ist. Blblblblblblblblbl. In Österreich ist es auch flaches Land und nicht nur alles voller Berge. Ich habe mich durchschaut, Flo. Leute, bei vielen Likes stoße ich von dir auf den Berg. Bei vielen Likes? Ich weiß, es ist ein bisschen viel verlangt. Jetzt werden wir gar nicht kurz liken, Leute. Ich bitte stoße mich nicht vom Berg. Wir gehen gar nicht auf den Berg. Also Pech für dich. Oh, wir sind die Kletterpark, geh. Oh, ja stimmt. Diesmal gehen wir... Ne, gehen wir diesmal wirklich in den Kletterpark? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Was ist der Plan? Ich sag, Tops ist es. Ich finds gut, dass du sagst, keine Ahnung, Tops. Wüsste ich dabei. Ich weiß, keine Ahnung, warum. Warte mal. Ich bin im Schwimmbad, wo seid ihr? Ich bin nicht schwimmen. Also ich bin grad zuhause. Okay, cool. Ich säme jetzt die Kisten im Schwimmbad. In Tops hat im Gehirn ist aber nichts drin. Das ist ärgerlich, aber das wussten wir schon. Flo hat keine Freundin. Tobias! Ich könnte jetzt was raushauen, aber... Tops, ich könnte jetzt was raushauen, aber... Ronja, weißt du was ich meinst? Ich weiß, was du meinst. Ja? Eher. Ja, Tops. Also ich mein... Ja? Ich sag's nicht. Tops, wir sagen's nicht. Wir wollen deine Ehre beahnen, oder? Weil es davon noch übrig ist. Ah, danke Ronja. Ich hätte dich auch so vor euch verliebt. Ja, werde ich auch. Freunde sagen sich doch sowas oder nicht. Oh, ich bin... Ich bin out of map. Oh mein Gott. Wie schaffst du das eigentlich? Ich bin einfach grad 10 Meter rum. Okay, Leute, wo sei ich denn? Okay, komm ins Pool. Komm ins Pool. Und geh ganz rauf zu dem... Wie heißt's? Geh ganz rauf zu dem Sprungbrett. Ich bin im Pool. Okay. Pool, Sprungbrett. Und da? Und da? Geh mal ganz rauf. Nicht in den Pool gehen, Ronja. Nicht in den Pool gehen. Ich geh nicht in den Pool. Ich geh nicht in den Pool. Nee, der Pool ist irgendwie verpackt. Nee, nicht in den Pool. Du musst die Treppe bis zum... Oh, ja, ja. Bis zum höchsten Sprungbrett, okay? Wie komm ich denn da hoch? Achso, da ist noch mehr Treppe. Okay, ja. Ich komm hoch. Topsis, Topsis. Okay, Ronja, jetzt schon nach oben. Ja, Leute. Was ist denn los? Warte, warte, warte. Komm ich da hin mit einer Enderperle? Von außen, ja. Von innen nicht? Nein, die ist gar nicht. Wo dann? Wo dann? Wo dann? Wo dann? Wo dann? Komm mal in Frühling. Du bist das, du bist das, du bist das. Jetzt was? Kannst du hoch? Kannst du hoch? Du kannst hoch? Warte, achso. Du bist schon draußen. Du kannst Party machen hier. Tops? Wo bist du? Mich im Klo. Ey! Okay. Klar. Wo ist alles? Oh, Topsis! Oh, Topsis! Was ist passiert? Oh mein Gott. Ich hab gedacht, ich kann nicht killen. Oder konnte ich nicht. Topsis, du bist kein gutes Schaf gewesen. Ja, schade, Topsis. Was? Ich bin Rondolf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du dich selber schreien sollst, wenn du Rondolf bist. Doch, eigentlich schon. Das kommt dann mit dazu. Oh mein Gott! Ey, Topsis, wenn du Wolf bist, dann... Irgendwie sind hier wenig Kisten. Kann das sein? Ey, Topsis, wenn du Wolf bist, dann schrei mal wie ein Mädchen. Topsis, wenn du Wolf bist, dann atmet. Alles klar, Topsis, Wolf. Topsis, Wolf. Ja, weil er geatmet hat. Ja. Nö, Topsis atmet grad nicht. Wahrscheinlich lief er gleich. Topsis kann gar nicht atmen. Topsis weiß gar nicht, wie Atmen geht. Topsis ist ein Tisch. Topsis, mach mal Blub, wenn du ein Fisch bist. Topsis, Topsis, ich mach mal... Topsis, Challenge für dich, okay? Wenn du nicht der Wolf bist, mach die Challenge. Halb mal 15 Minuten die Luft an. Die ist ja! 15 Minuten. Genau. Weltrekord ist, glaub ich, 8 Minuten oder so. Nee, war das nicht eine halbe Stunde? Eine halbe Stunde? Eine halbe Stunde? Also wer eine halbe Stunde seine Luft anhalten kann, der ist auch... Also... Ein Radomiser. Ey, ich werde angereffen. Hey! Au! Ja, warum greifst du mich an? Au, Ron ist der Wolf! Ich bin nicht der Wolf. Ich bin ein Schaf. Topsis Golf. Topsis ist mit. Hey, warum ist der Schalter? Ist. Topsis Wolf. Ich will einen Radomiser kaufen, aber ich kann es nicht tun. Irgendwo geht die Tür auf. Irgendwo geht die Tür auf. Seitdem. Muss seitdem. Boah, Flo, wirklich? Ich bin im Büro. Ich hab keinen mehr gefunden, aber ich weiß nicht, wo der öffnet. Boah, Büro heftig halt. Ey, ich werde angegriffen. Ey! Du schlagst dich und sagst, ich werde angegriffen. Ja, sorry. Sorry, ich hab gedacht, du greifst mich an, weil ich so gewohnt bin. Julian, als Zeichen meiner Gutmüdigkeit gebe ich dir meinen Unsichtbarkeitsfang. Ich bin nicht der Wolf. Ich swear. Ich würde dir mehr geben, aber ich hab nichts. Guten Durst. So, ich suche weiter Kisten. Oh mein Gott, ich hab auch gerade 20? Oh mein Gott. 20 Rubies? 20 Rubies? Ja. Im Büro? Hab ich die Kiste... Ah, ne. Ich hab gerade ein Schild gefunden. Ich steht drauf. Hashtag Tops stinkt. Hey! Tops stinkt, hab ich gehört. Wer ist das dir? 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 Und Tops ist der Wolf. Ne, Tops ist tot. Ach so. Ja, und Tops ist der Wolf. Oder ist er tot? Warte, wenn du dreimal hintereinander Wolf bist, bin ich richtig neidisch auf dich gerade. Ich bin nicht dreimal hintereinander Wolf. I wish. Was sag ich jetzt mit Tops? Der ist der Wolf. Der Tops hat einen Fake Schreck gemacht, oder? Ja, okay. Das kann auch sein. Stimmt, Fake Schreck gibt es ja auch noch. Wahrscheinlich hat er so einen übelsten Fake Schreck gemacht. Tops. Okay. Ich glaub... Also... Ich würd ja sagen, wenn ich Tops sehe, töt ich ihn. Aber ich hab keine Ahnung wie Tops aussieht. Wir können uns hier besprechen. Juri, hast du Tops gekillt? Ne. Okay. Er hat den Fake Schreck schon benutzt. Weißt du, das hat ja immer so ne Dings, dass man... Und hast du Tops gekillt? Ich hab Tops nicht mehr gesehen. Den Fake Schreck benutzt. Okay. Ja, dann muss er ein Fake Schreck gemacht sein. Aber ich war legit, ich war ja auch mit Julian oben beim Büro. Also Julian kann es tatsächlich eigentlich nicht gewesen sein. Oh, ich siehle jemanden. Wer von euch ist außerhalb im Wald? Ach so, wer ist denn hier drin? Hä? Wer ist das? Hä? Ich spring grad, ich spring grad. Ja, okay, ich spring auch, okay. Alles gut. Dann ist das Tops, dann hat er einen Fake Schrei gemacht. Hä, oder? Ja, klar, wir sind beide drin gewesen. Ja, wenn du einen siehst draußen. Dann töte ihn draußen. Flo, töte ihn. Wo ist er denn? Aber dann lebt Tops noch. Im Wald. Wo denn im Wald? Im Wald. Ist hier irgendwo wirklich Wald? Ach, Leute, das ist meine Birke. Ha! Weil das ist ja nicht mehr. Warte. War da jetzt ein Hase? Oder war das ein Birke? Nein, ich hab bloß was weißes gesehen mitten im Dings und dachte, aber es gibt eine Birke auf dem Herb anscheinend. Oh, okay. Oh, da bin ich der Wolf. Vielleicht bist du der Wolf. Bin ich der Wolf, Ronja? Ich weiß nicht, bist du der Wolf, Flo? Ich Wolf? Ich weiß es nicht. Ist Julia der Wolf? Julia hast mich schon zweimal kennengelernt. Ey, ehrlich gesagt, ich bin vielleicht die Gronndorff. Also, ich kann nicht gar nicht der Wolf sein, oder? Oder geht das? Es geht, es geht, es geht. Was geht? Du kannst Wolf und andere Sachen sein. Es war noch nie jemand von uns außer Beta übrigens. Außer Beta. Ich war da mal Wolf. Nachher war ich Jodler und Aggressiver Tobias. Ja, aber du willst richtig Ronja, Aggressiver Tobias und Jodler sein. Richtig Rondolf, bitte. Entschuldigung, heißt das richtig Rondolf? Okay. Richtig Ronja. Sorry. Ah, ich hab so viele Dings hier. Ich kaufe mir jetzt mal was. Ah, nein, ich bin gefallen. Okay, Mist. Ich bin sehr low. Ich bin gefallen. Ronja ist so stark der Wolf, dass ich sich selber kenne. Ich hab gedacht, ich bin so stark der Wolf, dass ich mich selber kenne. Ich hab gedacht, wenn ich sonst keinen erwische oder sehe, dann töte ich mich halt einfach selber. Ich suche, ich will an diese Kiste da draußen dran, aber ich komme nicht dran. Ich suche einen Ausweg. Also wenn Tobias der Wolf ist, dann ist er grad absolut schlecht. Und wenn der andere ist, dann... Ich bin wirklich nicht der Wolf. Das heißt, wenn dann ist es tops oder... Sorry. Hat jemand vier Rubies für mich? Äh, nein. Turnhalle? Ich glaub euch aber nicht. Ihr könnt beide der Wolf sein. Gibt's grad zehn Rubies für dich. Hier. Wo bist du, Julian? Turnsaal. Ich bin im Turnsaal. Oh, nice. Ich bin im Turnsaal. Ich werde jetzt alle fertig machen. Achso, Schwimmhalle. Ja, Schwimmhalle, genau. Okay. Judo. Judo geronten. Okay. Bei der Turnhalle war niemand. Ich hab gewonnen. Wolfsucher. Entweder Tobias oder Julian ist der Wolf. Alles klar. Tobias. Wo ist der eigentlich? Es können ja wirklich beide sein, weil ich weiß nicht, ob Tobias Fake gemacht hat. Aber kann der noch angezeigt werden, wenn er schon tot ist? Oh, Tobias hat er wieder überlegt. Julian. Danke. Oh mein Gott. Wer ist das? Tobiasa, hier ist er. Ja, ich, 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 ich gehe. Ticke, attacke. Wo ist Julian? Wo ist Julian? Vom Pool. Vom Pool. Vom Pool. Vom Pool. Okay, ich bin vom Pool. Ich dachte, ich bin vom Pool. Ich war nicht vom Pool. Ronja, hier bist du. Lauf weg. Oh nein. Und das bist du. Ich habe super Rüstung, deswegen bin ich super schnell. Oh, lieber Oli. Was heißt der? 1 gegen 1. 1 gegen 1. 2 gegen 1. Oh. Nimm das. Ich habe bessere Waffen. Ich habe Slime Pad. 1 gegen 1. Okay, wir machen Oli. Schwimmhalle. Oh. Okay. Warte. Das ist die Turnhalle. Wo ist die Schwimmhalle? Schwimmhalle. Julian violiert einfach. Keine Ahnung, wo die Richtung ist. Ah! Was war das? Ist es war ein Blitz? Da drüben steht, Julian. Julian, du hast keine Chance. Warte. Welcher von euch? Oh nein, Julian! Die sind sie! Die sind sie! Oh, Julian! Ja! Oh nein! Ich war nicht. Ja! Doch! Ah, gut. Oh mein Gott. Der hat noch 20 Sekunden oder so. Nice. Der Wolf hat gewonnen. Was? Der Wolf hat gewonnen. Ja, ich habe gewonnen. Achso. Das war es schon aber auch mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da. Mein Kraft Osterhase. Mein Kraft Osterhase. Und abonniert den Kanal. Und genau. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao!